Das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. Willkommen zum Stadtgespräch. Mein Gast heute Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München. Herzlich willkommen, Herr Reiter. Schönen guten Abend. Herr Reiter, gestern muss es ein schöner Tag für Sie gewesen sein. Sie werden sich gefreut haben. Es gab eine Umfrage, eine Marktforschungsumfrage. Da haben Sie 64 Prozent, über 64 Prozent kennen Sie. 83,4 Prozent finden Sie sympathisch und 67,7 Prozent sind mit Ihrer Politik zufrieden. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, ja, natürlich. Aber wie gesagt, es ist immer so eine Momentaufnahme, die ich gar nicht groß kommentieren will. Man freut sich über positive Ergebnisse, aber die Bekanntheit ist übrigens 85 Prozent. Also deutlich höher als das Erste. Das hätte mich nicht erfreut. Nein, das ist aber, wie gesagt, auch nicht ungewöhnlich in meiner Funktion. Und deswegen gerne, es entlockt einem eine kurze Freude, aber das ist nicht wirklich wichtig. Wie glauben Sie, schafft man das, dass man diese Sympathiewerte noch weiter steigert? Ist das in erster Linie, dass man medial noch zulegt oder ist das durch die praktische Arbeit? Na ja, glaube ich, erst mal sind deutlich über 80 Prozent Sympathiewerte sowieso für mich selber ein relativ schwer vorstellbarer Wert. Also insoweit, glaube ich, kann man einfach nur sagen, ja, man muss so weitermachen, wie man bis jetzt gearbeitet hat. Ich versuche, authentisch zu sein. Ich versuche, den Menschen klar zu machen, dass ich ihnen die Wahrheit sage, dass ich mich nicht verbiege. Und dass ich das, was ich vorhabe, erkläre und dann aber auch umsetze. Ob man das mit Sympathie so beschreiben kann, weiß ich gar nicht, soll ich ganz ehrlich, aber... Na ja, 67,7 Prozent sind mit ihrer Politik zufrieden. Ja, das ist ja auch ein wesentlich wichtigerer Wert aus meiner Sicht, denn das zeigt, dass man die richtigen Dinge anpackt und das Richtige macht. Und was mich auch fordert, ist, dass die Struktur derjenigen, die diese Politik gut finden, ja über alle Parteien sozusagen verteilt ist. Also nicht nur meine eigene oder die Grünen, sondern durchaus auch bei unserem Kooperationspartner ausgeprägt mit über zwei Drittel Zustimmung. Das kann einen schon erfreuen. Man weiß, man macht eigentlich die richtigen Sachen. Deswegen geht es für mich nur einfach weiterarbeiten. Auch die Grünen sind mit Ihnen relativ zufrieden. Ja, wenn das alles stimmt, dann sind es 80 Prozent. Das ist ein sehr, sehr erfreulicher Wert. Aber wie gesagt, nochmal, es sind Momentaufnahmen und mit einem relativ überschaubaren Kreis an Befragten. Man nimmt es gern zur Kenntnis und mir hilft es einfach weiter, mich nicht zu verbiegen und so weiterzumachen wie bisher. Und auch die Themen, die wir bis jetzt, Wohnungsbau, öffentlicher Nahverkehr, die wir bis jetzt angepackt haben, auch weiterhin anzupacken. Eins der Themen, mit denen Sie eigentlich seit Antritt Ihrer Amtszeit konfrontiert sind, das ist das Flüchtlingsthema. Wir hatten das Camp am Sendlinger Tor, jetzt schon zum zweiten Mal. Vor zwei Jahren war da schon mal ein Camp von Flüchtlingen, die auf ihre Situation aufmerksam machen wollten. War es richtig, dass es jetzt von der Polizei geräumt wurde auf Antrag des KVRs? Also ich halte das für den einzig richtigen Weg, wenn sich die Menschen dann selber gefährden und in Gefahr bringen, dadurch, dass sie in Hungerstreik treten, in Durststreik, also nichts mehr trinken, auf Bäume klettern, entkräftet, dann kann man nichts anderes mehr tun, wie einzugreifen, schon allein, um diese Menschen sich wirklich davor zu schützen, dass sie ernsthaft zu Schaden kommen. Wir haben sie ja wochenlang vorher durchaus gewähren lassen. Ich bin der Meinung, dass diese Art von Protest durchaus auch legitim ist. Es ist zulässig. Aber dann, wenn es dahin geht, dass die Leute sich wirklich selber gefährden, dass wir am Schluss dann vielleicht dafür verantwortlich wären, dass irgendjemand da was passiert, das will ich nicht. Und deswegen war ich sehr einverstanden mit der Aktion, die ich glaube ich auch wirklich sagen zu können, von den Beteiligten vom Kreisverwaltungsreferat, von der Polizei, von den Feuerwehren, von den Notärzten, die vor Ort waren. Es ist ein Rieseneinsatz mit Fingerspitzengefühl und auch durchaus Sachgericht durchgeführt wurde. Vor zwei Jahren waren Sie da und haben es sich mit eingebracht. In diesem Jahr sind Sie nicht vor Ort gewesen. Was hat für Sie den Unterschied ausgemacht? Ja, es ist für mich klar gewesen, das wusste ich ja, dass die beiden Sprecher die gleichen sind, mit denen ich vor zwei Jahren viele Stunden über ihre Forderungen, über die Möglichkeiten von Umsetzungen, nicht nur mir, sondern auch mit der Bundespolitik, mit der Landespolitik, sogar mit europäischen Parlamentsvertretern diskutiert habe, damals festgestellt habe, dass die Forderungen natürlich eher relativ apodiktisch gesehen werden und relativ schwer zu erfüllen sind. No border, also keine Grenzen, no nation, keine Nationen, no deportation, also niemanden schicken wir irgendwo wieder hin. Das sind halt Forderungen, da tue ich mir schwer, so etwas nochmal zu diskutieren. Ich sah überhaupt keine Basis für ein weiteres Gespräch, weil ich wusste, dass genau die gleichen Forderungen wiederkommen. Deswegen war es aus meiner Sicht einfach nicht sachgerecht, dort vor Ort zu sein. Ich habe das stets beobachtet und wir haben mich ja praktisch täglich informieren lassen vom Kreisverwaltungsreferat. Und wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da gibt es etwas, was ich mit meinem Gespräch verbessern kann, bewegen kann, zugunsten dieser Flüchtlinge verändern kann, dann wäre ich schon hingegangen. Aber wie gesagt, nachdem ich die Handelnden relativ genau kannte, dachte ich, das ist diesmal tatsächlich nicht sachgerecht. Man kann das gar nicht ausschließen, dass das nochmal passiert an der gleichen Stelle, ist also sozusagen eine ongoing story. Ja, man kann es nicht ausschließen. Es ist ein gutes Recht derjenigen, sich zu versammeln und zu protestieren und zu demonstrieren, auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Man darf sich fragen, ob es mit München der richtige Ort ist. Wir glaube, wir haben tatsächlich ernsthaft demonstriert, die Münchnerinnen und Münchner vor allem, aber auch die Stadt und die Politik, dass wir durchaus anständig mit den Menschen, die zu uns kommen, umgehen. Deswegen fragt man sich halt, wenn man bundespolitische Forderungen durchsetzt, ob München da die richtige Stelle ist. Es hätte da andere Situationen geben, wo vielleicht diese Entscheidungen eher getroffen werden können, die die Flüchtlinge tatsächlich haben wollten. Also ich will niemanden nach Berlin schicken. Aber natürlich sind es Forderungen, die die Bundespolitik betroffen haben, ganz überwiegend. Deswegen ist ein Oberbürgermeister da auch überfordert. Was ist Ihr Eindruck? Warum machen die das immer in München und nicht in einer anderen Stadt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie Ihnen nicht erläutern. Wir gehen sehr, sehr vernünftig und, glaube ich, sehr, sehr dosiert mit Ihnen um. Es gibt auch durchaus Menschen, die sagen, ja, die dürfen ja auf ihre Situation aufmerksam machen. Es gibt keine wirklichen Zwischenfälle. Vielleicht ist das der Grund zu sagen, hier können wir in Ruhe unsere Situation beschreiben. Aber letztlich, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass es nicht mehr funktionieren kann. Nur man muss halt dann auch, wenn man was erreichen will, sage ich mal, kleinere Schritte irgendwo versuchen zu gehen. Und nicht diese Forderungen zu stellen, die eigentlich für niemanden erfüllbar sind. Jedenfalls für keinen Bürgermeister oder Oberbürgermeister dieser Nation. Ja, das sind auf jeden Fall bundespolitische Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und da ist man natürlich dann hier in München überfordert. Aber national und international gab es jetzt also große Aufregung, weil in München eben ein Asylheim für unbegleitete Minderjährige gebaut wird. 160 Jugendliche sollen da hinkommen. Und eine Schallschutzmauer wurde gebaut in Höhe von vier Metern, die von den Anwohnern eingeklagt wurde. Die sind also vor Gericht gegangen und das Gericht hat ihnen Recht gegeben, dass wenn da dieses Asylantenheim gebaut wird, dass diese Mauer gebaut werden muss. Glauben Sie, dass das schädlich ist für das Image von München, dass diese Mauer gebaut wird? Nein, was schädlich ist oder was schädlich sein kann, ist eine unglaublich überzogene mediale Debatte über dieses Thema. Also ich verstehe, dass das Signal, und das ist auch nicht mein Signal, wie ich Politik machen will mit Mauern, dass dieses Signal so interpretiert werden kann. Aber Sie haben es dankenswerterweise ja schon zutreffend eingeleitet. Es ist ja nicht so, dass wir diese Flüchtlingsunterkunft mit einer Mauer geplant hätten. Ganz im Gegenteil, wir haben es ja schon erstellt. Wir dachten eigentlich, dass wir das Baurecht so richtig auslegen, nämlich, dass es dazu keinen weiteren Schallschutz bedarf. Es haben sich eine Handvoll Bürger gefunden, die geklagt haben, haben vor Gericht Recht bekommen. Wir haben dann in Verhandlungen, und das hat die Frau Bürgermeisterin Strobl aus meiner Sicht absolut richtig gelöst, aus 4,50 Meter Höhe, die gefordert war, vier Meter gemacht. Und das ganze Ding ist 53 Meter lang. Und übrigens auch nur an einer Seite. Also diese Flüchtlinge sind nicht eingezäunt oder eingemauert, sondern es ist eine Seite, und zwar natürlich logischerweise dahin, wo die Bebauung ist, um dem Lärmschutz gerecht zu werden. Sie wird auch noch deutlich schöner werden. Sie wird begrünt werden, sie wird aussehen wie ein Erdwall, was wir an anderen Stellen in dieser Stadt auch haben. Was mich wirklich verärgert hat, ist diese Art der Intonierung dieser Diskussion, als ob es tatsächlich was damit zu tun hätte, wie unsere Grundhaltung, und damit meine ich jetzt insbesondere die Münchnerinnen und Münchner, die vielen tausend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, aber auch meine Behörden und die Politik, und ganz besonders mich auch selber, als ob sich unsere Politik durch diese Wand geändert hätte. Der 53 Meter Beton, na, ist es ja nicht einmal Wand, mitnichten. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn dahinter ein Bolzplatz gewesen wäre, und das ist übrigens einer der Auslöser, warum das Gericht so entschieden hat, weil hinter dieser Wand nämlich ein Platz ist, wo Sport betrieben werden kann für die jungen Menschen, und weil das vielleicht Lärm verursacht, deswegen, glaube ich, war einer der großen Beweggründe, warum er diesem Antrag recht gegeben hat. Aber wir haben in München Fälle, wo Kindertagesstätten, wo gegen Kindertagesstätten geklagt werden, wo neben Kindertagesstätten Lärmschutzwände entstehen, wo Bolzplätze entstehen, dann wird dagegen geklagt, und dann kommen da auch Lärmschutzwände hin. Also, dass wir jetzt so getan hätten, als wäre das nur, weil hier zufällig unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind, dass es jetzt ein Wechsel in der Politik wäre. Das ist nicht der Fall, das kann ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Dadurch wird sich unsere Haltung, meine Haltung, und alle, die ich angesprochen habe, und die dankenswerterweise auch immer noch bei der Stange sind, sicher nicht ändern. Hätten Sie sich gewünscht, dass die Richter anders entschieden hätten? Das ist eine gute Frage. Gerichtsentscheide in einem Rechtsstaat muss man akzeptieren. Man muss sie umsetzen, das haben wir beides getan, man muss sie nicht toll finden. Also, insoweit wäre es sicherlich auch im einen oder anderen Fall immer mal wünschenswert, wenn Gerichte Spielräume, die sie haben, anders ausnutzen. Aber ich stehe weit davon entfernt, Gerichtsentscheide zu kritisieren. Ich bin ein Verfechter des Rechtsstaates, und wenn das Gericht so entscheidet, aufgrund der Auslegung der Vorschriften, die es zugunsten ja von Anwohnern, die in der Nähe wohnen, gibt, dann werde ich das akzeptieren. Sie stellen wahrscheinlich immer mal wieder fest, dass Anwohner klagen und dass sie eben, wenn es, egal ob es, es gibt ja diese Flaschencontainer, wo die hingestellt werden sollen, dass sie eben sagen, also nicht in meinem Garten, das ist ja wahrscheinlich eine Erfahrung, die sie auch immer öfter machen, dass also Anwohner sagen, wenn es ein Problem gibt, dann bitte irgendwo anders, aber nicht in meinem Viertel. Ja, ohne zu sehr allgemein werden zu wollen, so ganz ehrlich, das ist schon ein interessanter gesellschaftspolitischer Prozess, dass das individuelle Interesse doch immer stärker in den Vordergrund rückt und die Gemeinschaftsinteressen, also für Anlagen, die für alle dienen, deutlich in den Hintergrund geraten. Das erleben wir auch bei ganz normalen Bauen, das wir derzeit machen. Es gibt einfach immer mehr Menschen, die ihr eigenes Interesse auch mit Klagen versuchen durchzusetzen. Das kann und will ich auch nicht kritisieren. Es ist aber nur ein bemerkenswerter Prozess, der natürlich auch sozusagen die Entwicklung einer Stadt und das, was ja immer mal wieder zwischendurch kritisiert wird, dass manche Dinge so lange dauern, definitiv nicht beschleunigt, sondern eher noch weiter verzögert. Also diese Argumentation, dass auf der einen Seite München die Flüchtlinge vor zwei Jahren willkommen gehießen hat, oder vor allem ja, und jetzt also eine Politikwende stattgefunden hat, das möchten Sie ausschließen. Das ist komplett daneben, sage ich jetzt ganz offen. Das ist komplett daneben. Das eine hat mit dem anderen definitiv nichts zu tun. Wenngleich dieses Bild einer Mauer natürlich, was ich verstehen kann, sich eignet in Zusammenhang mit Flüchtlingen, Assoziationen aufzubereiten. Aber bitte noch mal, es ist eine Mauer an einen von vier Seiten, es ist eine begrenzte Länge und es ist eine Schallschutzwand, die nicht wir erfunden haben, sondern die wir deswegen machen müssen, um einen Gerichtsentscheid letztlich zu vollziehen. Das hat nichts mit unserer Grundhaltung zur Flüchtlingspolitik zu tun. Beeindruckt Sie denn diese nationale und internationale Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt in den letzten zwei Tagen gekriegt hat? Naja, es überrascht mich, in welcher Intention und in welcher Stärke das tatsächlich stattgefunden hat. Und mit welch langsamen Zugang zu den tatsächlichen Fakten, sage ich mal ganz vorsichtig. Wer die ersten Berichterstattungen gelesen, die ersten Berichte gesehen hat, konnte wirklich den Eindruck bekommen, dass wir hier eine komplett vier Meter hohe Wand um eine Flüchtlingsunterkunft gezogen hätten, die nicht mal Ein- und Ausgang hat, also quasi die eingemauert hätten. Also das ist natürlich eigentlich völlig daneben, weil es ist wie gesagt nur eine Wand in einer Richtung. Also die Flüchtlinge können sich ganz normal frei bewegen, die können da dann auch Fußball spielen oder sonst was. Nur das Gericht hat gesagt, wir müssen die Anwohner vor Lärm schützen. Das nehmen wir zur Kenntnis und setzen es um. Hat aber definitiv keinerlei Bewandtnis mit unserer Einstellung zur Flüchtlingspolitik. Da, wo sich Anwohner auch sehr stark machen, das ist bei der dritten Startbahn. Man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl bekommen und der Ministerpräsident hat es mir auch persönlich gesagt, dass das Verhältnis zu Ihnen also ein besonders gutes wäre und es sei also noch nie, seitdem er Ministerpräsident ist, so gut gewesen, die Beziehung Rathaus-Staatskanzlei, dass vor Ort bei der Startbahn, da wo sie gebaut werden soll, die Leute so ein bisschen das Gefühl gekriegt haben, da wird jetzt so ein Deal gemacht zwischen Konzertsaal, zweite Stammstrecke, da wo wir auch gleich nochmal drüber reden möchten, und der dritten Startbahn. Verhandeln Sie so mit dem Ministerpräsident oder ist das alles separat, was Sie da besprechen? Also da kann ich jetzt ganz 100% Wahrheitsgetreu sagen, wir haben es noch nie in die Verknüpfung. Weder er noch ich auch nur versucht. Das waren immer separate Themen, also das liegt schon an der zeitlichen Abfolge. Das Thema Konzertsaal ist uns ja beiden, ich will jetzt nicht sagen auf die Füße gefallen, aber doch deutlich geschildert worden vor fast zwei Jahren, bis dann der Entschluss gefasst wurde, okay, der Freistaat baut einen weiteren Saal. Da war das Thema Startbahn gerade wieder gar nicht en vogue. Und die zweite Stammstrecke irgendwo in den Sternen. Die zweite Stammstrecke ist etwas, was ich schon seit zweieinhalb Jahren quasi immer wieder über die Ministerebene, auch bis nach Berlin zum Bundesverkehrsminister, versucht habe zu treiben, wo der Ministerpräsident dankenswerterweise auch hier die Stadt und das Umland unterstützt. Und das hat definitiv in keinster Weise zu irgendeinem Deal oder zu irgendwelchen Verbindungen geführt. Nicht mal in unseren Gesprächen. Also der Herr Seehofer hat das nicht mal versucht zu verknüpfen. Das ist jetzt aber das dritte und vorher das letzte große Projekt ist, das wir gemeinsam haben, weil wir gemeinsam Eigentümer sind. Das hat mit den anderen beiden Themen nichts zu tun. Ich sage noch mal zu der guten Beziehung. Dort, wo es für München gut ist, halte ich es für sinnvoll, mit dem Freistaat so zusammenzuarbeiten, dass die besten Ergebnisse für München rauskommen. Dafür haben nicht die Münchner gewählt. Das ist jetzt, glaube ich, bei der Stammstrecke passiert. Dass hier eine Finanzierung steht, die deutlich mehr Beträge letztlich auch darstellt, als es ursprünglich angenommen wird, finde ich bemerkenswert. Dass das Thema Konzertsaal jetzt vom Freistaat in München realisiert wird. Ein weiterer Konzertsaal ist etwas, was München gut tut. Finde ich bemerkenswert. Und die Startbahn, wie gesagt, da haben wir intensive Gespräche und da sind wir ja auch nicht wirklich auseinander, was das Prozedere betrifft. Der Ministerpräsident hat immer auch gesagt, ja, er will, dass, wenn diese Startbahn kommt, nur dann die Startbahn kommt, wenn die Bürgerinnen und Bürger das mehrheitlich so wollen. Das ist sein Credo. Glauben Sie, dass das ein Bürgerentscheid, das jetzt verändern könnte, heute, Ende 2016? Also im Augenblick würde ich mal sagen, würde ich die Meinung der Skeptiker teilen, zu sagen, wenn wir den nächste Woche abhalten würden, glaube ich, dass die Fakten nicht ausreichen würden, also was das Zahl der Steigerung, der Flugbewegung usw. betrifft, um Menschen, die das durchaus auch unideologisch sehen, einfach davon zu überzeugen, erst mal hinzugehen und dann auch noch dafür zu stimmen. Also ich glaube, da braucht es noch mehr Faktenlage. Das war auch immer mein Credo dazu, zu sagen, wir brauchen eine mehrjährige Entwicklung, steigende Zahlen von Staats- und Landungen, die einfach hinterlegen, dass jetzt der Flughafen irgendwann, wenn er weiterhin diese Entwicklung haben will, die wir München als Wirtschaftsstandard durchaus benötigen, dass er dann eine weitere Startbahn braucht. Das hat ja eine Steigerung gegeben zum letzten Jahr. Aber wie gesagt, eine Steigerung von einem Jahr halte ich jetzt nicht für einen Trend, den man wirklich umsetzen kann in der Richtung, dass man sagt, jetzt ist es nachhaltig so, jetzt gehen uns die Slots für Staats- und Landungen wirklich endgültig aus. Und der Fakt, und den muss man mir halt immer noch erklären, hat immer noch Bestand, dass es halt schon mal deutlich über 400.000 Staats- und Landungen mit zwei Bahnen gab. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 380.000. Also da ist schon noch Luft und das muss man einfach erklären. Und nicht nur mir, sondern man muss vor allem denjenigen, die darüber abstimmen, erklären, dass es jetzt soweit ist. Haben Sie denn so von der Zahl, also Sie haben völlig recht, es waren mal 400.000 und jetzt sind es unter 400.000, aber trotzdem sind es mehr als im letzten Jahr. Haben Sie für sich da so eine Marke gesetzt, wenn Sie sagen, ab, weiß ich nicht, 450.000 würde ich jetzt noch mal überlegen, ob ich die Bürger, die Münchner Bürger zur Ohne bitte? Naja, also ich habe mir keinen Zahlenwert vorgenommen, sagen wir ganz ehrlich. Es geht um kontinuierliche Steigerung, die natürlich schon auch nennenswert sein muss. Also nicht ein Viertelprozent, sondern zwei, drei Prozent. Und das über ein paar Jahre. Dann kann man sagen, der Bedarf steigt erkennbar. Liebe Münchnerinnen und Münchner, stimmt noch mal darüber ab. Das ist mein Credo. Ich habe mir keine Zahlen vorgenommen, übrigens der Ministerpräsident meines Erachtens auch nicht, sondern wir werden uns einfach die Entwicklung anschauen. Und ich glaube einfach, dass das der einzig sinnvolle Umgang ist, wenn man überhaupt eine Chance haben will, die Münchnerinnen und Münchner mehrheitlich davon zu überzeugen, dass das notwendig ist. Das heißt jetzt, dass der Flughafen wahrscheinlich eine Millionenkampagne starten wird, um zu überzeugen, dass das Sinn macht, jetzt schon für eine dritte Startbahn, sich stark zu machen. Unterstützen Sie eine solche Kampagne? Also zum jetzigen Zeitpunkt kann man das tun, was er sowieso schon tut, der Flughafen, nämlich informieren. Informieren in Zeitungen, medial über die Zahl der Staats- und Landungen, über Einschätzungen, die der Flughafen hat. Das ist das gute Recht des Flughafens, machen andere Unternehmen auch. Ansonsten ist es jetzt zu früh, aus meiner Sicht. Wenn, dann muss man dann gebündelt argumentieren, wenn die Münchnerinnen und Münchner wissen, hoppla, in zwei Monaten werde ich gefragt werden, in einem Monat werde ich gefragt werden. Dann muss man die Fakten nochmal zusammenfassen. Finden Sie es überhaupt richtig, dass man sagt, man befragt die Münchner? Ich meine, man könnte ja auch die Bayern befragen oder man könnte das Oberland befragen. Haben Sie da eine Meinung zu? Das Instrument gibt es ja derzeit noch nicht so. Weil ein Volksentscheid geht nur über die Veränderung und Bestand von Gesetzen nach der derzeitigen Lage. Also dieses Instrument, das immer mal wieder diskutiert wird, eines bayernweiten Bürgervotums, das existiert so noch nicht. Es gibt die Idee, eine quasi unverbindliche Befragung zu machen, die dann doch verbindlich ist, weil sie natürlich, auch wenn sie rechtlich unverbindlich ist, die Politiker alle bindet, wenn sie eindeutig ausgeht. Aber um es vom Inhalt her nochmal und vom Ergebnis zu sehen, also wer jetzt glaubt, dass eine bayernweite Befragung mehr Chanceneinbrächte, der muss mir erklären, wieso ein Hofer, ein Würzburger, eine Aschaffenbürgerin sich erstens mal überhaupt Gedanken machen sollte, ob es in München zwei oder drei Stadtbahnen braucht und ob man solche Menschen dann wirklich zu einer Abstimmung bringt. Also ich glaube, dass es viel schwieriger wäre, Akzeptanz und auch Bereitschaft zu erzeugen, bayernweit sich eines Münchner Themas anzunehmen und das dann auch noch gut zu heißen. Dagegen diejenigen, die aus grundsätzlichen ökologischen Erwägungen argumentieren, die würden wahrscheinlich auch in Aschaffenburg, in Würzburg, wo auch immer in Bayern, doch eher geneigt sein, ihre Stimme abzugeben. Also insoweit ist es schon eine spannende Frage, wen man befragt. Es gibt in der CSU die Meinung, dass man überhaupt gar nicht mehr befragen muss, sondern dass man einfach sagt, wir entscheiden das jetzt. Der Bürgerentscheid, da muss man sich ja nur eine gewisse Zeit lang dran halten, dann ist das nicht mehr aktuell. Würden Sie sich auch einer solchen Meinung anschließen? Sicher nicht. Also wie gesagt, wer glaubt, dass sich Bürgerinnen und Bürger zu einer Abstimmung begeben und dann sagen, nach einem Jahr und einem Monat, wir dann sagen, Ella Betsch, jetzt ist die rechtliche Bindungsfrist ausgelaufen, und wir machen es jetzt anders, der, glaube ich, hat die Politik nicht wirklich richtig gut verstanden. Und wenn man jetzt glaubt, dass man überhaupt keinen Entscheidender braucht, gibt es ja auch Stimmen, dann mag man das überdenken. Ich halte mich da an den Ministerpräsidenten, der mir persönlich auch öffentlich immer wieder versichert hat, dass das mit ihm nicht gehen wird. Und da vertraue ich ihm einfach. Okay. Weiteres Problem ist natürlich das Wohnungsproblem bei uns. Und da hatten Sie eine gute Idee. Die Idee ist jetzt fast vollendet. Und worum es da geht, darüber unterhalten wir uns nach der Pause. Ja, mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter unterhalte ich mich über verschiedenste Themen, die uns hier in der Stadt bewegen. Und ein Thema ist natürlich das Wohnproblem und das zähe Bauen von neuen Wohnungen. Und Herr Reiter, da hatten Sie ja jetzt diesen Vorschlag gemacht, dass man Parkplätze überbauen soll. Das ist jetzt geschehen. Und da gab es ein Richtfest. Erzählen Sie doch den Bürgern nochmal, warum das Vorteile hat, ein Haus, ein Wohnhaus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Parteien da eigentlich drin wohnen, das können Sie wahrscheinlich gleich sagen, über einen Parkplatz zu bauen. Ja, die Idee ist, wie gesagt, bei uns zwar neu, aber auf der Welt natürlich nicht, weil es gibt in Asien genug Flecken, wo es auch sehr wenig Fläche gibt. Und deswegen geboren an einem Biertisch im Grunde diese Idee, in einem losen Gespräch. Dann blätternd in einem Buch und dann habe ich dieses Bauen auf Stelzen gesehen. Und die Idee ist halt, ohnehin schon versiegelte Flächen, also betonierte, geteerte Flächen zu benutzen und nicht andere Räume wie Grünflächen zu bebauen. Und weil es Parkplätze sind, dafür zu sorgen, dass die Parkplätze auch weiter nutzbar sind. Deswegen baut man das Haus eine Etage höher quasi auf Stelzen. Damit bleiben die allermeisten Parkplätze nutzbar und darüber kann Wohnraum entstehen. Wir haben hier am Dantebad... Wir sehen es ja ganz gut. Genau, das ist also durchaus ein bemerkenswertes Bauwerk mit über 100 Wohnungen. Und jetzt haben wir gerade das Dach gesehen. Gibt es auch Penthouse-Wohnungen? Nein, Penthouse-Wohnungen haben wir keine. Aber wie gesagt, durchaus unterschiedliche Wohnungsgrößen auch und vor allem flexible Wohnungsgrößen. Das sind alles Elemente. Wenn man da aus einem, aus zwei Einzimmer-Apartments kann man mit relativ wenig Aufwand tatsächlich eine Zweizimmerwohnung machen. Und das geht unglaublich schnell. Also vielleicht für die Interessierten, da werden die kompletten Nasszellen beispielsweise, werden vom Kran in jeder Ebene einfach Stück für Stück an einem halben Tag in die einzelnen Wohnungen reingehoben. Also komplett, schon gefließt, alles drum und dran. Dann stehen oben zwei Rohre raus, die muss der Installateur noch anschließen. Deswegen geht diese Bauzeit und das ist halt auch wirklich bemerkenswertig. Die Idee ist im Dezember letzten Jahres entstanden und wir waren jetzt vor ein paar Wochen auf dem Richtfest. Das sind natürlich Zeitläufe, so wie ich sie gern hätte, die aber natürlich nicht wirklich durchgängig zu realisieren sind. Aber hier hat es funktioniert, nicht mal ein Jahr. Da ist denn das ein Einzelobjekt gewesen oder streben Sie von dieser Art mehrere Gebäude an? Also die Idee wollte ich einfach mal verwirklicht sehen, sage ich ganz offen. Wir haben einen Partner gefunden und da entstehen Wohnungen, das muss man vielleicht auch noch sagen, wo ein Zimmerapart mit 250 Euro Miete kostet. 250 Euro, das sind schon, ich sage, da könnte ich, habe ich bei der Rede dort gesagt, 5000 in einer Woche in München vermieten, ohne Probleme. Ja gut, aber da kommt natürlich die Frage auf, wer kriegt denn diese Wohnung? Ganz normal. Wohnungslose, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, anerkannte Asylbewerber, Kunterbund. Für mich ist wichtig, dass wir diese Wohnform sozusagen wirklich nach vorn bringen, dass wir unsere Flächen, die noch nicht versiegelt sind, also Wiesen und freie Flächen, nicht wirklich zubauen, sondern das zubauen, was ohnehin schon zu ist. Und deswegen habe ich ja auch die Manager der großen Einzelhandelsketten eingeladen, die dankenswerterweise auch wirklich namhaft erschienen sind. Alle großen, die wir kennen, ich sage es jetzt nicht alle, sonst vergesse ich wieder einen, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also Lidl, Aldi, Rewe, Penny. Zum Beispiel, genau. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Richtig. Die alle flache Dächer haben. Die haben große Parkplatzflächen, zum einen, und sie haben, und das war ja die zweite Teil der Idee, auch natürlich Märkte, die, wie die Münchnerinnen und Münchner wissen, im Regelfall erdgeschossig sind. Und da habe ich dann auch laut gedacht, beim Rumfahren in der Stadt, Mensch, wieso nutzen wir diese Fläche über diesen Märkten nicht besser? Die Kassiererinnen, die Kassierer, die Menschen, die die Regale befüllen, die alle nicht wirklich viel Geld verdienen, die würden sich sicher freuen, wenn dort auch bezahlbarer Wohnrohr entstünde. Und auch die Idee ist durchaus dankbar aufgenommen worden. Wir werden uns jetzt noch in diesem Jahr noch mal viel intensiver treffen. Da werden einzelne Projekte besprochen. Und ich hoffe und wünsche mir und glaube auch daran, dass es das ein oder andere Folgeprojekt geben wird, was beweisen wird, dass man auch mit schon versiegelten Flächen auf Parkplätzen tatsächlich was anfangen kann. Wenn jetzt ein Zuschauer das gesehen hat, dass da am Dantebad eine Parkfläche überbaut wird und sagt, das ist etwas, was mich interessiert, wo bewirbt man sich denn dann für eine solche Wohnung? Also die Vergabe funktioniert ganz normal über das Amt für Wohnen und Migration, also unser Wohnungsamt, Vulgo. Einfach ganz normal anschreiben an das städtische Wohnungsamt, auch an mich. Ich kriege solche Briefe auch immer wieder. Und dann bewirbt man sich. Und dann wird über die normale Vergabesituation, wie bei anderen Wohnungen auch, über die Vergabe, also über die Mieterinnen und Mieter entschieden. Was ich will, ist, dass mehr von diesen Wohnungen zur Verfügung stehen, damit wir Gott sei Dank hoffentlich irgendwann mehr Mieterinnen und München auch diesen Wohnraum anbieten können. Und die Belegung geschieht nach einem gewissen Schema? Also dort haben wir ja im Rahmen des Wohnprojektes Wohnen für alle gesagt, dass wir eine sozusagen hälftige Belegung durch anerkannte Asylbewerber und hälftige Belegung durch auszubildende Studenten, sonstige Wohnungssuchende anstreben. Weil wir natürlich auch die anerkannten Asylbewerber in Wohnen kommen müssen. Die sind nach ihrer Anerkennung nämlich Münchnerinnen und Münchner und haben das gleiche Recht wie alle anderen. Nicht mehr, aber das gleiche. Beziehungsweise wir werden, wenn ältere, längere Wartezeiten bei anderen Menschen bestehen, natürlich die genauso bevorzugen. Das heißt, es wird eine ganz normale Vergabe wie jede andere Wohnung auch. Und die Mischung haben wir deswegen gewählt, weil wir einfach auch das Thema Integration in solchen Projekten sehen. Da gibt es Gemeinschaftsräume drin. Da gibt es auch in der ersten Zeit Ansprechpartner vor Ort, die einfach als Transmitter, als Verbindung zwischen den Bewohnern und Bewohnern agieren. Und ich hoffe, dass dieses Projekt wirklich auch gelungen zeigen kann, wie Integration funktionieren kann. Und wir haben auch das Thema, dass dort nur Männer einziehen, wirklich bearbeitet und gesagt, wir wollen, dass mindestens 40 Prozent eher lieber Hälfte, Hälfte Frauen und Männer einziehen. Damit wir nicht so eine Art Männerwohnheim hier generieren. Also da kann ich jede Bewerb sagen, ist sozusagen entspannen. Und ich hoffe, dass es dort gut funktioniert. Und wie gesagt, es geht aber nicht nur um das Thema Flüchtlingsunterbringung. Es geht mir darum, bezahlbaren Wohnraum in großer Zahl zu schaffen, weil wir, wie gesagt, viele Auszubildende haben, viele Studentinnen und Studenten haben, aber auch viele, die sich sonst die Wohnungen in München nur noch schwer leisten können. Gibt es denn schon Anschlussprojekte? Also wie gesagt, es gibt Interesse der Großen, das war mir wichtig, der Großen Einzelhandelsunternehmen, weil die wahnsinnig viele Flächen haben. Und wir sind in Gesprächen, wir haben ja auch nicht nur Supermärkte, wir haben Baumärkte, wir haben selber in Krankenhäusern Parkplatzflächen. Also es gibt unglaublich viel versiegelte Fläche in dieser Stadt. Deswegen gibt es aus meiner Sicht auch großes Potenzial. Und ich hoffe, dass es tatsächlich gelingt, hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Und wenn dieses Projekt gut funktioniert, dann hoffe ich auch, dass wir ganz viele nachfolgende Projekte sehen werden. Hier in der Parkstadt Schwabing haben wir auch einen riesigen versiegelten Parkplatz da am Ring. Es gibt wirklich ganz viele, wenn man mit wachen Augen durch München fährt, glaubt man gar nicht, wie viele Parkplätze das es gibt. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das wird unser Wohnproblem nicht lösen. Aber ich denke, man kann ja nicht kapitulieren. Man muss jede Idee ausprobieren und man muss versuchen, möglichst viel zu erreichen. Das war schon immer meine Vorgehensweise. Und ich freue mich wirklich, dass es gelungen ist. Und da danke ich auch allen, die beteiligt waren. Auch meiner Stadtsverwaltung ganz ausdrücklich. Die Hoffnung war wirklich, ja ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich laut aussprochen hätte, dass wir innerhalb eines Jahres von der Idee quasi zum Schlüsselumdrehen kommen. Das war schon eine sehr ehrgeizige Vorgabe. Ich glaube, ich habe auch die Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt wirklich angestachelt dadurch zu sagen, hey, das geht auch schneller, wir kriegen das hin. Also es ist auf jeden Fall etwas, was es vorher hier noch nicht gegeben hat. Und kann man eigentlich nur der Sache Erfolg wünschen, dass die Leute sich da auch wohlfühlen und dass es dann eben auch Anschlussprojekte gibt. Herr Reiter, Sie haben die zweite S-Bahn-Stammstrecke schon angesprochen. Jetzt sind im Moment so 3,5 Milliarden, eine Summe, die man sich kaum vorstellen kann, ist aufgerufen worden, um diese zweite Stammstrecke zu bauen. Wenn man sich die Grünen anhört, die Freien Wähler, die sagen, es wäre viel wichtiger gewesen, also den Nordring und den Südring zu schließen und die Verästelung. Wenn Sie sich das Projekt jetzt nochmal angucken und es mit den anderen Alternativen vergleichen, wird da vielleicht das größte finanzielle Grab auch irgendwie rausgeschaufelt, was man sich in München vorstellen kann? Also ich glaube definitiv, dass es eine vernünftige Investition ist, die der Freistaat, der Bund und wir auch so ein bisschen da wirklich vornehmen. Vornehmen, alle Münchnerinnen und Münchner wissen, wie mängelbehaftet die Betriebssicherheit bei der S-Bahn ist. Wir wollen eine bessere Verbindung, weil ich will mit dem Umland ganz anders zusammenarbeiten, zusammenwachsen, als es vielleicht früher der Fall war. Deswegen braucht es auch vernünftige Verbindung, deswegen braucht es auch eine stabile öffentliche Nahverkehrsverbindung. Ich habe mindestens zehn Jahre Debatte im Planungsausschuss, in Vollversammlung des Stadtrats miterlebt, wo ein Experte den anderen Experten gejagt hat und jeder wusste, was die ideale Lösung ist und das haben wir ewig diskutiert. Und ich war dann froh, wie irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wurde. Ich hätte auch andere Entscheidungen mitgetragen. Nur, was ich nicht mehr mitgetragen habe, ist, dass wir noch zehn Jahre diskutieren, ob man nicht vielleicht doch besser den oder jenen Ring alternativ zu dem macht. Ich wollte einfach eine Entscheidung haben, die ist jetzt gefallen und ich bin ausgesprochen dankbar, dass sie jetzt gefallen ist, weil man nämlich dann vielleicht auch noch eine Chance hat, dass man den Bau erlebt. Was ich nicht ausschließen will, um das nochmal zu sagen, ist, dass wir ergänzend dazu Dinge wie einen Nordring tatsächlich überlegt. Da bin ich übrigens nicht ganz allein. Das, glaube ich, ist durchaus auch eine Frage, die man mit dem Freistaat und mit dem Bund diskutieren kann. Weil das eine muss das andere ja nicht ersetzen. Aber was ich nicht wollte, ist, dass wir jetzt noch, wie gesagt, Jahre und Aberjahre diskutieren, was jetzt die bessere Lösung ist. Rechnen Sie mit vielen Bürgerprotesten, weil ich meine, es wird sozusagen die ganze Innenstadt ja eigentlich in Anführungszeichen Mitleidenschaft gezogen. Also wir versuchen, auch das ist schon über Einstimmung, natürlich den Bau so schonend in Anführungszeichen wie möglich zu machen. Das heißt, man muss überlegen, wie schafft man den Aushub weg? Muss das unbedingt über die Straße stattfinden? Kann man den über die Schiene abwickeln? Also kann man praktisch nicht überall die Erdhäufchen ansammeln, sondern kann man das erstmal transportieren. Am Marienhof wird es zugegebenermaßen schwer. Es gibt Flächen, da kann man es nicht vermeiden. Aber ganz ehrlich, dann bitte ich mich einfach mal zu schreiben, wie denn meine Lösung aussehen soll. Da bitte ich mich einfach mal zu sagen, wie man denn das lösen soll. Wir bauen vielleicht den einen oder anderen weiteren Tunnel, wir bauen vielleicht ganz viele sonstige öffentlichen Verkehrsstrecken, wir bauen vielleicht Trambahnen, wir bauen vielleicht einen neuen Gasteig. Was wir alles tun, das hat aber alles was mit Bauen zu tun. Das heißt, es wird überall gegraben werden, es wird überall aufgegraben werden. Und deswegen muss ich einfach da nochmal sagen, da gibt es die Quadratur des Kreises nicht. Und das ist ja auch, wie gesagt, ein kleines Beispiel, das ist diese Anwohner-Tiefgarage am Josefsplatz. Was ist da geschimpft worden über diese Anwohner-Tiefgarage? Menschen haben sich quasi wirklich, ja, ich will nicht sagen fast festgekettet, aber wirklich gesagt, das ist das Ende der Frauensteine, ich war kürzlich dort, das ist eine wunderbare begrünte Fläche, da spielen Kinder obendrauf. Und sie ist komplett angenommen. Was ich damit sagen will, ist, während der Bauzeit wird es immer Protest geben, danach wird es gern genommen. Ich glaube, da gab es schon mal drei so Verkehrstunnel in München, die auch nicht von Anfang an alle geliebt haben, ohne die man sich den Straßenverkehr in München derzeit nur noch ganz schwer vorstellen könnte. Jetzt wird natürlich auch der ganze Hauptbahnhof abgerissen. Ja, den habe ich ganz vergessen, genau. Der Hauptbahnhof, was ja auch eine Kleinigkeit ist, vor allem verkehrlich natürlich, wenn man den Hauptbahnhof weitflächig umfahren muss, da wird kein öffentlicher Verkehr mehr in die Nähe kommen, also jedenfalls nicht direkt zum Hauptbahnhof. Das wird also die nächste große Anlage. Wir wollen U-Bahn-Linien bauen, habe ich vielleicht auch vergessen. U5 nach Pasing, eine Innenstadt-Entlastungslinie. Alles im laufenden System, weil das normale U-Bahn-System ja weiter funktionieren muss. Also auch die sind unterirdisch. Da muss man dann vielleicht eine Yoga-Veranstaltung für alle Münchner oder Beruhigungspillen verteilen, denn das wird natürlich anstrengend. Das wird sicher anstrengend, da muss ich jetzt schon um Verständnis bitten. Werbe aber nochmal darum zu sagen, wir wachsen total schnell, wir sind eine erfolgreiche Stadt, die schönste Stadt, die es gibt, deswegen kommen so viele Leute zu uns und deswegen muss man auch die Infrastruktur anpassen, sonst sind wir das nämlich irgendwann nicht mehr. Und ganz ehrlich, natürlich könnte ich jetzt als Oberbürgermeister sagen, ja, auch wenn ich jetzt noch acht Jahre oder so, wie lange ich auch immer Oberbürgermeister sein werde, das erlebe ich eh nicht mehr, dann bin ich jetzt erstmal dagegen, machen wir weniger. Aber das ist nicht meine Interpretation. Ich glaube, man hat schon Verantwortung auch und die muss man auch dann wahrnehmen, wenn man vielleicht nicht von Anfang an einen Beifall kriegt. Diese Verantwortung wird auch von einer großen Fangemeinde von Ihnen gefordert, nämlich, ich meine, man weiß natürlich, dass Sie ein Roter sind, nicht nur politisch, sondern auch fußballerisch. Aber der blaue Schlips, vielleicht, die blaue Krawatte, vielleicht zeigt die ja ein bisschen in die 60er-Richtung, dass Sie denen also gar nicht so abgeneigt sind, weil, man hat jetzt gehört, dass der Investor, der Herr Ismaik und auch der Präsident, der Herr Kasalette, bei Ihnen gewesen sind und Ihnen einen Vorschlag oder mit Ihnen darüber gesprochen haben, wie man denn jetzt ein 60er-Stadion im Riemer-Bereich bauen könnte. Ist das überhaupt realistisch? Ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, im Moment mit den 60ern, das ist eine Katastrophe. Aber der Mann hat ja vielleicht wirklich so viel Geld, dass er Sie davon überzeugen kann, dass er das finanzieren kann. Also erstens mal, Sie waren ja schon mehrfach bei mir. Und natürlich, ich bin Münchner Oberbürgermeister, ich bin bekennender Bayern-Fan, aber mein Herz schlägt deswegen schon für die Löwen, weil ich hätte so gern irgendwann mal nochmal ein Lokalderby, ein echtes Lokalderby in der Bundesliga. Das habe ich früher als Kind erleben dürfen mit meinem Vater, das wäre was Wunderschönes. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Erfolg. Derzeit haben Sie gesagt, sage ich nichts dazu. Das Thema Stadion, ja, ich habe immer gesagt, ich unterstütze die 60er auch beim Bau eines neuen Stadions in der Form, dass sie halt Planungsrecht schaffen oder planungsrechtlich Dinge ermöglichen. Zahlen werden wir es nicht, das dürfen wir nicht und werden wir auch nicht. Ob der Herr Ismaik das tatsächlich finanzieren kann oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er den Eindruck erweckt, dass er das tun will. In unserem letzten Gespräch ging es darum, dass wir uns über die Größe uns unterhalten haben, des geplanten Stadions. Da reicht ja anscheinend der Platz im Moment nicht aus und Sie müssen den Ministerpräsidenten davon überzeugen oder die Staatsregierung, dass sie da einen größeren Teil noch zur Verfügung stellt. Haben Sie das schon angeregt, das Gespräch? Also, wie gesagt, nachdem der Herr Ismaik, und ich weiß nicht, inwieweit es realistisch ist, ein Stadion mit über 50.000 Sitzplätzen haben wollte und auch noch außenrum ein paar Dinge, braucht es natürlich viel mehr Platz als das, was wir ursprünglich uns eigentlich auch mit den 60ern schon mal angeschaut hatten, wo ein, sagen wir mal, 30.000er Stadion hinpassen würde. Das nehme ich zur Kenntnis. Letztlich ist es die Entscheidung des Vereins, ob er glaubt, ein 50.000-Mann-Frau-fassendes Stadion tatsächlich wirtschaftlich betreiben zu können. Ich will dazu nichts sagen. Auf der Fläche jedenfalls, wo wir vorhin gesehen hatten, gehen maximal 30.000. Das wissen die 60er auch. Jetzt habe ich gesagt, ich frage mal den Miteigentümer der Messe, und es geht ja um Gelände, die der Messe zustehen, wie er sich denn dazu verhält. Ich habe mit der Frau Eigener gesprochen, die sich mit mir sozusagen den Aufsichtsratvorsitz dieser Messegesellschaft alternierend teilt. Müssen Sie beide sozusagen dem Herrn Ismaik dieses zusätzliche Grundstück genehmigen? Ja, das Problem ist ja, dass dieses ein Grundstück ist, das dann ja nicht mal nur den Parkplatz belegt, sondern auch noch Teile des eigentlichen Messegeländes, das wir für die Bauma benötigen. Und da glaube ich, ganz ehrlich sagen zu können, dass wir einen Teil des Messegeländes, auf dem die erfolgreichste Messe der Welt stattfindet, nämlich die Bauma, abtreten werden, da wird sich die Begeisterung sowohl des Freistaats als auch meiner Wenigkeit etwas in Grenzen halten. Deswegen müssen wir, glaube ich, dann gegebenenfalls noch andere Lösungen suchen. Wir haben aber gesagt, wir besprechen das im Aufsichtsrat der Messe, und das werden wir noch dieses Jahr tun. Und dann werde ich wieder mit dem Herrn Ismaik reden. Warum Riem, wenn Sie das nochmal in... Naja, wir haben ja für die Allianz Arena damals schon ganz viele Standorte in dieser Stadt gesucht. Und ganz wenige eignen sich auch tatsächlich für Fußballstadion. Riem ist deswegen gut, weil erstens, es gibt kaum Anwohner, zweitens, es gibt da unglaublich gute verkehrliche Erschließungen, sowohl Individualverkehr über die Autobahn, als auch natürlich öffentlicher Nahverkehr. Also eigentlich ideal, wenig Konfliktpotenzial mit Anwohnern, gut erschlossen. Deswegen war Israim einfach einfach, glaube ich, das Gebot der Stunde. Also da dürfen wir gespannt sein, denn der Vertrag in der Allianz Arena läuft 2020 aus für die 60er. Und da muss man sich was überlegen. Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran, das Programm bleibt weiter interessant. Na gut. Na gut. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.